Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei L.A. Noire. Wir sind wieder in der Haut von Jack Kelso und in dem Fall eine andere Art von Krieg. Wir sollen jetzt den Kammerjäger suchen oder zumindest die Firma, wo er gearbeitet hätte können oder arbeitet, wer weiß, oder gearbeitet hat. Ja, dazu stehen drei zur Auswahl. Wir haben auch noch in der letzten Folge gesehen, dass Elsa von Dr. Fontaine niedergeschlagen wurde, also bewusstlos geschlagen. Und dann ein großer Mann kam, eventuell Dr. Fontaine erwürgt oder nur bewusstlos gemacht hat und Elsa da mitgenommen hat. Also sehr verzwickt und spannend. Ich würde mal sagen, wir machen weiter. Ähm, wo fahren wir hin? Äh, neuer Brandverdächtiger, gut. Oh, warte. Ähm, fahren wir erstmal zum Rapid. Nein. Oh, wir lassen uns hinfahren. Wir lassen uns hinfahren. Gehen wir mal da gucken. Von Rapid. Rapid. Rapid, Kammerjäger. 2.37 Uhr. 2.37 Uhr. Ah, hier ist sogar noch eine Zeitung. Oder? Doch, hier ist noch eine Zeitung. Wie viele Leute haben Sie hier gearbeitet, Pop? Wer ist es gefragt, Son? Es könnte es öffentliche oder nicht öffentliche. Depends auf wie Sie wollen es spielen. Du solltest nach einem Krankenhaus sein, Son. Das Arm von Ihnen erscheint in der Zeitung. Es gibt es für die anderen Leute. Sie sind diejenigen, die es braucht. Ich bin für einen großen Cowboy. Er arbeitet hier. Er arbeitet hier? Und wir haben nicht jemanden wie das hier. Du bist sicher? Ich bin nicht der Typ der Mann, der du zurückkommst. Ja, ich bin sicher. Jawohl, endlich. Crusade Against Corruption. Pedersen pledged to clean up LAPD. Viel Spaß. Was hast du? Looks like a drug overdose. Get away from him, Phelps. This is my case. Shut your fucking mouth. Since when does a bag man work a case? I knew this creep wasn't on the morphine heist. Victim of his own product. Hey, detective! Can we back it off a notch? This is getting out of hand. It's a time to talk and a time to shut up. Now is a time to be quiet, son. Courtney Sheldon was a corpsman, Roy. He served his country. He went out with a medical kit and an Army 45 into places that made the Valley of Death look like a picnic. He was either naive enough or dumb enough to get involved in the Suburban Redevelopment Fund, along with the mayor, the DA, Monroe, and a certain crooked cop. He was involved in the morphine heist, but he has a puncture wound in his jugular, which makes this a murder case. He was a better man than you'll ever know. You say more than more word about him and I will blow your fucking head off! You finally lost it, partner. I have a pretty good idea why Sheldon's dead. And I know about Monroe. Your vast, corrupt future is draining away as we speak. I've got better things to do than argue the rub with you. Stay with him until the coroner gets here. Make sure technical services bags the evidence. If you let this creep anywhere near it, I'm looking for you. Yes, sir. You know, Phelps, you're not the worst asshole going round. Thanks, Herschel. Genau, richtig so. Wie wir gesehen haben, ist Courtney Sheldon an einer Überdosis von Dr. Fontaine getötet worden. Scheiße, aber Cole Phelps hat Troy Earl erst mal richtig in den Arsch getreten. Aber gut, legen wir es weg. 12 von 13, einer fehlt noch. Und ich weiß auch, wo der letzte ist. Haben wir nämlich schon gesehen, die letzte Zeitung. Ähm. Nuclear Nagetierabwehr. Fahren wir da mal hin. Wer genau aufgepasst hat, weiß, wo die letzte Zeitung ist. Ja, komm, lade. Nuclear Nagetierabwehr. 2.44 Uhr. Mal hier nach, den großen Manfra. Willkommen zum Nuclear. Was kann ich dir tun? Ich arbeite für die DA. Ich muss mit einem Exterminator sprechen. Ein großer Mann mit einem Cowboy-Axcent. Wir arbeiten hier nur drei Leute hier. Ich und zwei Mexikern. Sie sind beide auf der schraubenden Seite. Danke für deine Hilfe. Ähm. Was ist das? Gut. Das scheint wohl einer davon zu sein. Und der sieht nicht nach denen aus. Okay. Hier ist es also nicht. Gut. Dann fahren wir wieder. Zum Westlake. Ungeziefer. Beseitigung. Zu einer Westlake-Ungeziefer-Beseitigung. Also, wenn es das jetzt nicht ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja. Aber eigentlich müsste das sein. Sonst würde ja noch ein viertes verzeichnet sein. Ansonsten verstehe ich das Spiel nicht mehr. Ja. Westlake-Ungeziefer-Beseitigung. 2.53. Okay, wir haben ihn gefunden. Zumindest wissen wir, wo der wohnt. Gefunden haben wir ihn deswegen schon lange nicht. Warum lädst du jetzt? Okay. Dr. Fontaines Praxis. Gestern. 6 Uhr. Ach, Hershel und Cole sind hier. Ja. Cole. Ach, Rosti. You made it. What's this got to do with me, Rusty? Dr. Fontaine, prominent shrink. Dead in his patient's room. Spine snapped like a twig. The suspect is one of his mental patients. I've met Fontaine. His last patient was Elsa Lickman, Cole. She's missing. Ha ha. Nurse said that she saw some big Boris Karloff type carry her out of here. The best thing that you can do to help me, Rusty, is let me take a look around. Sure thing, Cole. This way. Okay. Ich guck mich mal hier oben. Wollang? Ich folg dir immer nur, Rusty. Ja, guck mal hier. Ja, guck mal hier. The face of progress. Says major of developer developer Leland Monroe. So, viel Spaß. That goddamn pet lunatic of yours is burning down our houses. Keep your voice down, Leland. Control is of the essence. Keep your voice down. Do you know how much these sons of bitches charge for lunch? Fuck them. Fuck them. Leland, we will not solve our problems by announcing them to the general public. We only speed ourselves on our way to the gallows. If you're imbecile, Harlan, get him under control or get rid of him. Speaking of which, I've had to dispose of our young medical students. You certainly are a cold character, Harlan. He has a friend called Kelso, who knows all about the development on Long of the Avenue. I know about Kelso. And you thought it unimportant to inform him. I thought I could take care of it. Have you? No, I haven't. Kelso works for Benson. Is he reliable? No, he's totally unreliable. But he has so many pernicious habits, he's got nowhere to run. Can you take care of Kelso? Don't push me, Harlan. Get rid of the fruitcake. No longer necessary. I'll take care of your kids. Okay. Das war also die letzte Zeitung. Kleines, beziehungsweise eine kleine Besprechung in einem kleinen Café, wo beide nicht sehr glücklich waren. Nämlich sollte Dr. Fontaine sich um den, der ihn wahrscheinlich getötet hat, kümmern. Ja. Hat wohl nicht so geklappt, hä? Wir haben alle. Was haben wir hier? Wir haben auf jeden Fall alle Zeitungen gefunden. Also, da haben wir auf jeden Fall... Habe ich ruft und ordentlich, glaube ich, gesucht. Gesucht, sag ich schon. Gesucht, natürlich. Sieht da ein Tunnel aus. Carthy Vista. Carson Heights. Rancho Escondido. Do those names mean anything to you, Herschel? Yeah. How come? Mino Rancho Escondido. Was haben wir hier? Okay, war eine Autobahn. Also, eine Autobahn wären. Gut. Leidenschaftlicher Sammler. Habe ich gekriegt. Was haben wir hier? Okay, das bringt uns nicht wirklich weiter. Zumindest sagt er dazu nix. Was haben wir hier? Na, okay. Fontaine hatte die Hände von Monroe verbring. Okay. Was haben wir hier? Monroe nicht glücklich. Die Leute begonnen zu sterben und es hat die Aufmerksamkeit. Und der Doktor hat die Kontrolle verloren. Okay. Was haben wir hier? Ach, das ist die Glas. Nein! So viel für deine Vorwärtssicht, Doktor. Haben wir noch was? Was haben wir hier? Okay, hier geht's raus. Hier wollen wir aber nicht hin. Not everything here is going to be ruined. Ja, ja, ja. Was haben wir hier? Ah, Morphium! Ich glaub's ja wohl nicht. Wir haben noch nicht alles, okay. Gucken wir ihn mal an. Oh, Doktor. Selber schuld. Sie kranker Bastard. Was haben wir hier? Nix. Okay. Ich bin anders. Jack war's. Es ist nicht mit dem Betriebsen. Es ist mit dem Einen. Es ist mit dem Einen. Was bist du mit dem Betriebsen? Kohl? Die Regierung regnet die Lande in der Weg von der Frewein, und verwendet die Lande verwendet, mit den neuen Häusern befinden. Was für die Stiffs, die sie verwendet haben? Worst ist, sie bekommen ihre Geld zurück. Aber die Syndicate verwendet Millionen auf die Lande verwendet. So, wo ist Jack's Boss gekommen? Er ist die Schlüssel. Er bringt die Inhalte. Die Inhalte proves, wie viel die Häusern sind. Und sie sind nicht wert? Das ist alles. Das ist ungefähr ein Schammer, wie man das kann. Wie wird das alles verwendet? Das ist ein Schammer. Der Doktor ist tot. Der Ruhl nearly bled to death. Aber dann wird Jack. Wir brauchen die Feuerwehr. Die Occhi-Cowboy. Get ihm, get Elsa. Get him, get all of them!